Ich glaube neben meiner fachlichen Kompetenzen natürlich hat mein Vorgesetzter an mir sehr kundenorientierte Person gesehen und das war für diese Stelle damals als Betreuung von unserer Händlergruppen sehr sehr wichtig. In der Abteilung in der ich vorher gearbeitet habe, war ich auch schon in den Projekten, habe da somit auf mich aufmerksam gemacht und dann wurde eine Stelle im Einkauf frei und es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass das für beide Parteien sehr gut passen würde. Ich glaube ich habe den Job einfach bekommen, weil ich auch noch dazu mal zum Bewerbungsgespräch jung, dynamisch war, frisch aus der HTL aus der Ausbildung und eben auch genau auf das gepasst habe, was in meiner Abteilung gesucht worden ist. In meinem Bereich geht es vor allem darum, diese neue Produktgruppen abzudecken. Da geht es um digitale Produkte, da geht es um Robotik und so weiter, also eine Ausbildung in der Techniksektor wäre sehr von Vorteil. Man sollte ein verbindliches Auftreten haben, man hat ja mit Lieferanten zu tun, man muss da seinen Standpunkt durchsetzen, geht auch mal um Preise, um Verträge. Ich finde es einfach super bei uns, wir haben so viele verschiedene Charakter drin, du kannst wirklich sein wie du bist und du passt echt einfach ins Team rein.